der muss liebe hausfrauen herzlich willkommen zu unserer ersten gemeinsamen reaction hier jetzt auf youtube zu erkennst du den song mit kontraker und mit mir ich bin echt aufgeregt und mir ist kalt deswegen ziehe ich mir jetzt erstmal hier den schal an ja das kommt mega gut mit dem green screen von zoom einfach direkt loslegen und wir gucken uns das an ich habe das video noch nicht gesehen wir schauen uns jetzt alles zum ersten mal und ihr kriegt unsere live reaction es ist halt sie willst du das video sehen wie lange ist das video über 10 minuten es ist jetzt erst 17 uhr 10 da kann es noch gar nicht ganz angeschaut haben ja ich habe es noch gar nicht ich habe noch nicht reingeguckt okay und los geht's jetzt geht's los ich bin max 33 und ich habe vergessen in meiner rentenkasse einzuzahlen ich bin dennis 30 und ich hätte anspruch auf 111 euro rente jetzt jetzt ich hoffe einfach ich okay die haben einfach einen one take gemacht und ich habe mir den satz davor natürlich überlegt und auch ein paar mal aufgesagt aber ich habe den ganz anders aufgesagt wie ich also so von von der sprechweise wie ich wollte mal schauen okay ich bin julie 23 markt weihnachten aber heute verteid ich keine geschenke und damit herzlich willkommen zu erkennst du den song euer liebstes musik auf youtube heute wieder mit zwei absoluten special gästen zu meiner linken der julian und zu meiner rechten kontraker und kontraker ist auch da ich bin julian aus ditzingen in der nähe von stuttgart also aus einem schönen schwabel endlich grüße gehen ganz kurzer support an ditzingen ehrenmann dass du dass du nicht gesagt hast du kommst aus stuttgart und es vertuscht hast wo du eigentlich herkommst er hat einfach den job gebracht den wir auch schon 13 mal gebracht haben so ja der eigentliche gast julian ja ich weiß auch übrigens ich was da jetzt so für unterhaltung kommen ich weiß nichts mehr wirklich hab das zwar ich war da wie in trance ich kann dir nichts mehr sagen aber bisher alles ok finde ich geil also also kursus quasi auch zum ersten mal okay nice los geht so das stugge liebe freunde wir wissen da sind auch viele fans von uns da zu finden solche kontra sagen wir benutzen keine decknamen nämlich ruhig max okay ich kann auch k sagen wenn es cool ist nee du hast vorhin gesagt du bist nicht gut in diesem spiel du bist nicht richtig warm aber ich kann dir schon mal sagen das sagt jeder hier außer mir natürlich ich bin der rekordgewinner hier kann man durchaus sagen ich erklär euch mal kurz die regeln der liebe miggi würde uns songs vorspielen wenn wir denken mensch wir kennen ich kenne den song und interpreten dann buzzert man ist beides richtig gibt es einen punkt sei es davon falsch oder fehlerhaft ist man für diese runde ausgeschieden kann in der nächsten es wieder mitmachen und wer zuerst fünf mal richtig rät darf die goldene weihnachtsananas berühren aber nicht mit nach hause gehen applaus dafür warte mal haben die immer so eine erklärung weil ich habe das paar mal angeschaut und die hatten da keine erklärung ja das haben die auch gemacht weil ich halt da war und die wussten dass ich super unterbelichtet bin die wollen jetzt einfach eine minute schon mal strecken also ohne scheiß um das contra k kam da rein und er wusste glaube ich gar nicht dass wir erkennst du den song spielen also ja also ich bin jetzt erkennst du im song krass song erraten und so der war übel also der war ja null vorbereitet ach dass ich auch noch mal erklärt so dass er halt auch zeigt okay wie funktioniert jetzt noch mal gesagt habt ihr geld überwiesen eigentlich schon okay dann einfach auch aufregend aufgeregter als du jetzt jetzt mal ganz kurz ich muss sagen bisher hast du zu mir zu berühren du hast ja nichts gesagt hat du hast ja nichts gesagt aber bisher in contra k scheiß sich richtig ein neben dir aber lieber gar nichts als irgendeine cringige scheiße die ich schon rausgehauen hätte richtig richtig frieden aber jetzt wir sind ja noch nicht durch wir haben erst zwei fast zwei ich habe gar nicht angefangen los geht's so habt ihr denn noch fragen oder können wir einfach mal loslegen ja nee nee wir sollten doch schon genau abstimmen hätte man jetzt die hände hinterm rücken die hände sind hier in diesem bereich das ist überhaupt nicht gern gesehen und die hände sind hier komplett okay alles klar mariah carey christmas time du hast darauf bezogen ich mariah carey all i want for christmas mariah carey all i want for christmas is you eigentlich hättest du es und passern müssen passern müssen so ein bitte ich glaube schlimmer geht es sich vor allem ich doch ich verteile heute keine geschenke ja man denn es geht also hat sich an die hoch gezogen direkt krasser start weil ich war so heavy so stimmt es nicht ich bin ich dachte aber auch dass der all i want von christmas heißt und nicht ist eigentlich eigentlich hättest du es und passern müssen passern müssen so ein all i christmas nein nein all i want for christmas ist und dann auch war ja ähnliche also scam okay die straße auch gut gebaut bald weihnachten sorry ich will nicht immer unterbrechen aber ich finde das wirkt übel normal es gibt leute ich bin echt wo die stimmung insgesamt nicht so normal wirkt ich finde es gut ja ist locker hast du gut bisher bin ich überzeugt bei den gasten klingt jemand auf start achso ja ich mach's ich mach's oh oh ne moment abgebrochen franz drückt nicht mehr auf start das war nichts mehr also jetzt kommt was hast du mitgebracht ja keine ahnung bier so wie immer na komm wir gucken es uns an du hast ja gerade gesagt sixpack bier nicht hab schwäbische sixpack mitgebracht der bier richtig lecker ich liebe diese dinge du hast kein geschick dabei aber du bist auch dein promi du brauchst dein geschenk du hast ein tiger bewegen ich habe ein geschenk dabei zeige ich aber erst später dmx dmx rough riders endfilm nein nein weißt im sechland und das ist nicht meine musik was ist das eigentlich mit shazam unterm tisch oder so das würde mich auffallen ich hab's kurz überlegt was hörst du für musik privat hast du auch guilty pleasures auf dem auf dem handy ich glaube mein ganzes handy ist in guilty pleas Was hörst du denn so? Ich hör alles querbeet, es kann sogar Florence and the Machine sein. Julian, was hörst du so gerne? Ich hör tatsächlich ganz gern den Herrn, der da rechts steht. Oh, ja. Aus so in die Richtung. Da ist der Kreuzfeld da, aber auch eher selektiert. Echt? Hab ich gar nicht gesehen? Ja, ich spür noch mal. Oh mein Gott, Mann, Mann! Alles querbeet, also. Es kann sogar Florence and the Machine sein. Jetzt so im Herbst und Weihnachten auch mal so was ruhigeres. Ich hoffe, mein ganzes Handy ist ein Guilty-Player. Warte, 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 warte. Ich hör alles querbeet, also, ich muss es nur fühlen. Es kann sogar Florence and the Machine sein. Julian, was hörst du so gerne? Ich hör tatsächlich ganz gern den Herrn, der da rechts steht. Oh, jetzt hat er den. Aus der in die Richtung. Danke viel. Richtiger Herzensmensch, Alter. Ja. Ui, ui, ui. Oh Mann, ich hab ein Herz von Kontrakta. Aber ich merk schon, du hältst einfach nicht die Fresse direkt. Du musst doch rausholen. Ja, ich hör dann auch ein bisschen Katja Graser-Witze. Jetzt sagst du so, dass du Punch-Arroganz hörst. Ey, ich kann von mir behaupten, dass ich einen guten Musikgeschmacken habe. Ehre. Okay, hören wir mal weiter rein. Franz, du stopfst auf gar keinen Fall mehr. Ja, ohne Witz. Und weiter geht's. Ich hab viel Deutschrap da, aber auch eher selektiert und anscheinig auch querbeet. Jetzt so im Herbst und Weihnachten auch mal so was ruhigeres, ne? Kannst du ja sagen, ich schreib deine ganzen Texte. Das heißt eigentlich, findest du meine Musik? Ja, dich find ich sowieso nicht. Ich hab's gesampelt, wenn ich das nicht weiß, dann wär's echt scheiße. Bist du ein Weihnachtsfan oder vielleicht früher mehr oder so? Doch, ja, doch. Obwohl mein Weihnachten war immer so, ich bin so, ich hab so ein gespaltenes Verhältnis, so Weihnachten. Die feiner Seite ist mal wieder nicht geblieben. Ähm, Monet, Sido und Alligator. Ich bin perfekt wie ein Händler. Alter. Gelöscht. Komplett gelöscht. Nie gehört. Jetzt immer warm, oder? Ja, klar. Der ist relativ aktuell, ich kam noch nicht dazu, ihn zu hören. Ich war grad relativ baff. Hörst du eigentlich auch deine eigene Musik manchmal? Den ganzen Tag! Die Frage hast du wahrscheinlich bei jedem Dickstar-Interview tausendmal. Nee. Na klar, hört man sie, wenn man's neu gemacht hat, dann ist man ja auch voll geflasht von dem, was man gemacht hat. Im besten Fall. Wenn man's auch selbst gemacht hat, ist man wirklich geflasht. Aber das hört dann immer auf, also es hat auch irgendwie so eine gewisse Art von Arroganz. Oder wenn ich auch gar keine Zeit, die es selber feier. Ich hab's irgendwann mal gehört. Noch nie gehört. Nicht mal jetzt los, sondern das klinkt wie Michael Bublé oder so. Nie gehört. Ich auch nicht. Ich hab's irgendwann mal gehört. Ich hab's irgendwann mal gehört. Selbst wenn da jetzt der Titel kommt, wüsst du nicht von denen. Ähm, ja, Elvis in The Ghetto. Wow! Ich hab's irgendwann mal gehört. Du hast es in der Bridge vom Chorus ertappt, ne? Dass es in die Richtung geht. Ich hab's, ich war die ganze Zeit bei Elvis, war ich da, aber... Man! Kontra K-Fräume. Auf die Grünen freuen mich. Ach, die Kacke! Wie hart war das? Ich hab dich da vorne gewählt. Alter, das war zeitgleich, Junge. Wie fett, wie fett wär's gewesen, hätte ich seinen Song vor ihm erraten? Ja. Das war genau zur gleichen Zeit, ich schwöre. Ja, aber du hast doch nur gedrückt, weil er auch gedrückt hat. Ja, der ist aber Max richtig flink in den Fingern gewesen, ne? Ja, das war aber schnell. Der war richtig wach. Boah, sehr gut. Aber ihr habt doch schon Künstler hier, die ihren eigenen Song nicht erkannt haben. Oder mit anderen gesagt haben. Vielleicht haben sie ihm nicht geschrieben. Wir haben das Christmas. Ja! Das ist grad so ein überlebteschen Anfall, wollt du drücken, dann doch ein bisschen, aber... Läuft noch nicht, läuft noch nicht so, ne? Na, ja? Ja, die Puppe ist knapp, ganz knapp. Aber ganz ehrlich, was? Ja, vielleicht holst du in der zweiten Hälfte noch auf. Mal gucken, ich weiß nicht, wie viele Songs kommen denn noch. Schau'n wir mal. Das ist echt ein Song, der hört man dann jedes Jahr. Ja, und dann geht's auch wirklich los. Deswegen releasen auch nie, kurzer Fun-Fact, wenn man die mal einschmeißen hat, releasen immer nie jemand, weil die Leute immer Schiss haben. Weil diese Songs immer alles wegklatschen zu Weihnachten. Deswegen releasen immer, releasen sehr wenige an Weihnachten ihre Singles. Ähm, Peter Wackel, Arte Natascha. Ey, aber ich wusste, dass du solche Lieder direkt weißt. Das ist Peter Wackel? Ich hab noch nie von Peter Wackel gehört. Ey, bei Schlager einfach Tipp, da gibt's nur drei Künstler. Lorenz Büffel, Micky Krause und Peter Wackel. Die dominieren alles, Alter. Mehr gibt's gar nicht. Das ist eigentlich relativ easy. Du hast wahrscheinlich davor einfach monatelang nur jeden Schlager-Hit gegeben. Deswegen ist deine Playlist auch so divers. Ja, klar. Drückt einer von euch auf Stoff, bitte? Ja, ich drücke. Es gibt natürlich auch weiße Nataschas, gelbe Nataschas, rote Nataschas, alles gibt's natürlich. Aber ein absoluter Hit von... In Russland gibt's ganz viele blaue Nataschas. Nicht nur Russland, hier im Büro teilweise auch. Ja, ist wirklich ein toller Song. Peter Wackel ist für mich der Goethe des 21. Jahrhunderts, das Teffi Texel raushaut. Peter Wackel, das ist der Name Programm auf jeden Fall. Warst du schon mal im Ballermann? Ich? Mich verlaufen, ja. Warst du schon mal in Spanien im Ballermann 6? Nee. Ich glaub, er trägt eher Ballermann. Nein, nein, nein. Warst du schon mal im Ballermann 6? Äh, auch noch nicht. Das sind ja sehr, sehr viele Leute! Auf der Zunge, ey! Mann, ich hab's doch gesampelt, Alter. Ich hab's doch gespürt, Alter. Das ist Sabi. Du hast doch sogar ... Du hast doch geklappt! Ich weiß, den Zappen den Berg gerade nicht. Keine Ahnung von wem. Also, auf jeden Fall ... All That She Wants von ... Nelly? Nee. Tracey Chapman, nee, ist nicht. Nein. Mann, das ist irgendeine schwedische Band, Mann. All That She Wants, Ace of Base. Ja! Fuck, Alter! Ich hab mich gerade dran einhackt. Es war wirklich ... Ganz übel an meinen Mailverkehr gerade, weil ich ja mit denen hinterher mailen musste. Und die zuerst gesagt haben, mein Song ist Drogen verherrlicht. Und ich dann die Übersetzung da hinschicken musste. Ich hab die ganze Zeit irgendwie in meinem Kopf versucht, Bilder zu finden, wo der Titel da drin stand. Und ich wusste nur noch ... Was heißt denn das Handpick? Du hast ja gerade die Melodie genommen und daraus einen Song gemacht? Ich hab die Melodie genommen und daraus dann einen Rap-Song gemacht. Ja, ein bisschen schneller, ein bisschen ... Alles, was sie will, ist wohl ein bisschen Liebe, dass du nicht vergisst vorher. Du kommst alles, was sie kippt, ist sicher keine Liebe. Nur ein tiefen Atemzug voll aus Schmuck. Wie hat's denen denn dann gefallen, Ace of Base? Oder wolltest du sagen ... Die waren cool damit, ja. Genauso wie bei The Wurf, da hab ich aber nicht mit The Wurf gesprochen, sondern mit den Rolling Stones selber. Also nicht ich so, hey, Bro, Mick, schieb mal rüber, das Ding hier. Aber tatsächlich geben die das gar nicht so gerne frei. Also die Schweden noch weniger und die Rolling Stones eigentlich gar nicht. Und die waren aber mit dem Text tatsächlich ... haben die das irgendwie vorgelegt bekommen. Und fanden den cool, um mal hinten das kannst du machen. Und wir haben sogar noch relativ fair daran was noch bekommen. Oh, Crow und Endlichkeit. Alter, Crow, einfach ... Crow Gang, Alter. Hättest du Crow nicht gezogen, ehrenlos. Alter, ja, aber Crow, neues Album, heute angekündigt. Absoluter Traum, schon wieder komplett hyped. Okay. Nice, okay. Du bist, oder, Crow? Zieh bitte deine Maske wieder auf. Ich bin's, ich bin's, deswegen wusste ich's. Direkt ohne die Nacht. Hast du Crow schon mal kennengelernt? Ich wurde von seinem Riesen-Security irgendwie aufgehalten, als ich zu nah an den vorbeigesand bin. Ich wollte aber auf dem Festival nur aufzuletten. Aber ... Dann haben wir uns irgendwann noch mal unterhalten, weil ich nicht gecheckt habe. Du, du, du ... War so bei den ersten Festivals, da tease ihn gebackt von hinten. Weil es hat live halt mitgesungen und ich hab's nicht gereiht. Ich bin so, ey, Mann! Und ich bin so, ey, Mann! Und der Mike, den Vollgelabert. Aber danach haben wir uns unterhalten und der ist auf jeden Fall sehr korrekt. Ja, gut, wie heißt das irgendwie? Ich weiß es schon. Oh, das ist ... Singles, da hört bestimmt jeder von ähnlich an. I think I'm crazy. Die Antwort? Firestarter? I think you're crazy and I like you a lot. Ja. Ich hab keine Ahnung, wie das noch mal ist. Mega geil, ich wusste auch nur die Antwort. Und ich dachte, ja, das heißt doch irgendwie Firestarter. Firestarter ist einfach von Prodigy, Alter. Prodigy, ja. Aber hätte auch sein können, dass die so. Hätte ja sein können, ich muss nicht. Aber die Antwort, kenne ich keinen einzigen Song. Da bin ich absolut raus. Ja, doch, den. Und ich ... Ja. Ich kenne den auch, aber ich bin nicht auf den Titel gekommen. Das ist ganz eklig, wenn du so auch weißt. Ah, das ist er, aber von wem? Ja, ja, ja. Ey, ich hätte da absolut reingeschissen. Ich hätte nicht einmal buzzern können. Ich wäre zu langsam gewesen. Doch, bei die Antwort war ich auf dem Southside. Also mit meinem Bruder. Deswegen hätte ich das gleich auch noch. Ich hätte Crow, hätte ich noch gekriegt. Ja, Crow. Aber sonst komplett abgeschissen. Ja, meine, die langst bisher zwei Deutschrap-Songs und einen Schlager. Genau, mein Musikgeschritt. Aber ganz ehrlich, das war eigentlich der Punkt, das war ein Big Point. Und den hast du einfach nicht bekommen. Ja, ja. Ich muss sagen, du warst immer mit deinen flinken Fingern so mit am Start. Du warst eigentlich immer gut aufgestellt. Du hättest schon ein paar Punkte mehr haben können. Wärst du ein bisschen schneller gewesen. Ein bisschen weniger Gewicht in den Fingern vielleicht. Ja, nächstes Mal ein bisschen mehr. Zack, zack, zack. Da musst du deinen Arm trainieren. Die hab ich tatsächlich kennengelernt. Die sind krank, oder? Die sind auf jeden Fall, nee, die sind tatsächlich richtig cool, Alter. Und die sind viel smoother, als man denkt. Also die waren da mit kompletter Family unterwegs. Auch mit dem Adaptierten, der dann einmal in den Videos mitspielt und so freaky ist. Ich weiß nicht, welche Krankheit er hat, aber mit dem hab ich den ganzen Abend gekickert. Und war dann irgendwie... Ist gekickert ein Wort wie was anderes? Nein, okay. Aber ich kann ja sagen... Und war dann mit Ninja an dem Abend noch schwer unterwegs. Das war wild. Wir waren eine Festivalrutsche genau gleichzeitig auf jedem Festival. Zack, heute bin ich ziemlich gut draußen. Ähm, Seed. Hübsches. Und das ist Ding. Oh mein Gott. Oh, du warst wieder losweig. Killer, Killer, Killer. Das war der Big Point. Ich hab's gesagt. Ich kann mit Seed fast gar nichts anvermutig, ehrlich gestehen. Ich kenn auch nur das Lied, weil das immer im Club läuft. Fast, dickes B und boah, doch, die sind schon krass. Drei Matchbälle. Was, du hast auch schon vier? Ja, ich hab jetzt, jetzt muss ich nachlegen. Das ist halt nämlich irgendwie an die Schulzeit. Wo man dann so einfach resigniert und sagt, pff, mach doch. Voll weiter davon. Mach doch, ich werde Rapper. Die Augen brennen, doch ich hör auf mein Gefühl. Geh noch nicht rein, weil ich nichts verpassen will. Ist das Vincent Weiss Feuerwerk? Feuerwerk, Feuerwerk, Feuerwerk. Hättest du das gewusst? Alter, sorry. Ja, oder? Dann lieber verlieren als da mit Vincent Weiss. Oh, shit. Also Vincent Weiss Feuerwerk? Also, der Song, das ist so ein richtiger Radio-Hit, oder nicht? Ultra safe. Aber Vincent Weiss, sehr bekannt. Ich hab den noch, ich hab wirklich diesen Song noch nie gehört. Also da einfach, hier, Props an Dennis. Ja, Mann. Auf jeden Fall verdient geworden. Ich hab gesagt, die Antwort, das war dein Big Point, den hast du einfach, du hättest in deine, du hättest einfach eintüten können. Einfach kurz Tüte auf, rein. Ja, oder bei All I Want For Christmas einfach noch Is You sagen. Oder bei Contra K einfach eine Millisekunde schneller. Aber ey, ich bin mega zufrieden, Alter. Alter, bisher noch bist du geil. Sollen wir, machen wir noch fertig? Und dann ein kleiner, kleiner Talk, würde ich sagen. Ja, machen wir noch. Jetzt darfst du die Andernas anfassen. Ja, ich mach mal so ein Klingeling. Ja, super. Ich hab gewonnen. Ich muss ehrlich gestehen, ist für mich kein neues Gefühl. Ich hab sehr oft hier schon gewonnen. Aber Erfran, großen Applaus an meine beiden Gäste, Juli und Max. Schreibt jetzt euren Lieblingssong in die Kommentare, wenn ihr auch mal hier dabei sein wollt. Und euer Alter. Und welches Geschenk bringt ihr uns mit? Kein Bier. Alles verlegen, Freunde. Bleibt gesund. Ich mach jetzt die Endcard, die wird jetzt hier eingeblendet. Virtuell. Hier oben. Einfach gucken, wir hätten Contra Kärmeck geblockt. Von Finn Laude. Ein richtig toller Sketch, wie der Allmann versus Brathahn mit Slavik. Und unten gibt's für euch Erkennungssong mit Elif. Zwei tolle Angebote für euch. Schlagt sie nicht aus. Abonniert den Kanal. Kommentiert fleißig. Auf World Wide Wiedersehen und Farewell. Okay. Ehrenhafte Nummer. Wer tippt denn da? Entschuldigung, warte, warte, warte. Ja, ich wollte nur einen Kommentar schreiben. Mein Lieblingssong ist Julian. Ja, was sie rausgeschnitten haben, was ich auf jeden Fall noch weiß, ist, dass ich euch zwei gegrüßt hab, Mann. Echt? Oh, oh. Alter, ich hab, ich schwöre, ich hab euch und Tobi gegrüßt. Also jetzt nochmal Grüße. Ich hab gesagt, Grüße an meine drei Hausfrauen. Haben sie leider nicht drin gelassen. Ah, schade. Meine zwei Hausfrauen. Franz und Yannick. Aber schade. Aber ich hab's nicht gesehen, dass es nicht passiert. Also ganz ehrlich, Grüße nächstes Mal halt. Echt so. Echt so. Nächste Runde musst du auf jeden Fall grüßen. Ja. Ganz kurz, ich muss sagen, mega sympathisch gemacht, Alter. Ich bin richtig stolz auf dich, Alter. Danke. Danke, Mann. Hast abgerissen, Alter. Du hast fast Kontrakan in seinem eigenen Song einfach komplett überfahren, Das ist ganz spannend. Der war eigentlich, der war auch kurz davor, jetzt sein letztes Album zu droppen. So seine Karriere ist einfach zu Ende. Und auf dem Album nur so Depri-Songs über Julian, wie er singt, wie Julian ihn geschlagen hat. So ein Affsort über mich auch. Heute kommt übrigens dann, Crow schaut sich heute das Worldwide Wohnzimmer-Video und dann sagt dann, ich muss doch noch ein Album machen. Ich muss es Julian nennen. Das kommt nochmal komplett zurück. Das wäre krank. Ja, ich muss sagen, sie haben echt einiges auch rausgeschnitten. Aber ich bin froh drüber, weil ich glaube, ich habe auch echt teilweise so zusammenhangslose Scheiße geredet, so wie immer eigentlich. Und dann lieber weniger als zu viel. Aber mir ist jetzt erst aufgefallen, ich bin ja die ganze Zeit am Grinsen. Ich bin ja so abartig. Echt, das war echt krass. Aber mach dich auf jeden Fall sympathisch. Eine Sache wollte ich nochmal zurück. Und zwar, wo er dich nach deinen Lieblingssongs gefragt hat. Ich weiß nicht mehr ganz genau, vielleicht weißt du noch ungefähr, wo es war. Relativ am Anfang, was ich so will. Da musst du mal auf die Augen achten. Bei mir? Nee, beim guten Dennis. Das war wieder so ein Tick. Das habe ich auch so ganz gerne mal im Podcast. Wenn du einfach nichts Maul hältst. Nicht aufhör. Genau, du bist so, okay, ja gut. Hast ja irgendwas gesagt, passt. Aber du sprichst einfach nochmal. Wenn du über Lotion redest. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Da habe ich einfach weiter geredet. Ja, und im Herbst höre ich noch das. Aber im Sommer, wenn ich im Freibad liege, am Strand dann auch gerne mal einfach hier so. Aber ja, im Winter auch, ja. Ja, und diese eine bestimmte Situation, wenn ich an der Eiche da vorbeilauf. Wenn ich an der Tankstelle stehe, höre ich immer, all I want for Christmas. Ja, man, schwierige, schwierige Sache, schwierige Sache. Aber, wie gesagt, absolut geil abgehandelt. Hier nochmal Peter Wackel, Alter. Schwarze Natascha ist abgerissen. Sehr geil. Aber genau bei diesen Songs habe ich Julian eigentlich auch erwartet, dass er punktet. Ja, das waren auch meine Songs. Songs, bei denen die anderen irgendwie nicht, also das einfach nicht wissen. Und du einfach Peter Wackel, Schwarze Natascha. Peter Wackel war ich auf dem Konzert. Das ist halt so, die Nietzsche-Mucke einfach. Ich habe einen riesen Peter Wackel-Poster bei mir an der Decke hängen. Bin sie weiß, habe ich ein Tattoo von. Feuerwerk. Hast du einen D-Böller so unter die Achseln machen lassen. Ach, ja. Ach, geil. Ich bin sehr zufrieden damit. Bin sehr zufrieden. Ich denke, das kann man in die Welt raus. Ja. Sehr cool. Jetzt immer ein paar Hate-Kommentare deiner Persönlichkeit, die ihn über in die Kommentare setzen. Genau. Schreibt einfach mal, so einen hässlichen, fetten Gast hattet ihr ja noch nie da. Mann, der behinderte da mit seinen Rosen auf dem Shirt. Ich musste übrigens einen Pulli anziehen, der keine Marke drauf hat. Und ich hatte nur so komisches Merchandise daheim im Schrank. So Kontra-Kar-Merch. Und das kann ich nicht machen. Und das war wirklich der einzige Pulli, den ich hatte, wo keine Marke so fett holl ist. Ich sag's dir, ich wäre einfach nochmal zum H&M gegangen, weil als ich das gesehen habe, dass du mit diesem Pulli dahin gegangen bist, dachte ich mir, Bro, dein Ernst, du bist auf YouTube so. Also, ich meine, ein bisschen Mühe kann man sich schon geben mit dem Style. Aber das... Ja. Ja. Ja, immerhin hatte ich was an. Sagen wir so. Okay, ja. Okay, liebe Leute. Das war unsere erste Reaction. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Nächste Woche bin ich dann bei Inscope im Video. Kommt das mal. Und machst deinen Führerschein, oder? Ja. Okay. Alles klar. Und liebe Leute, bleibt sauber. Bleibt sauber. Tschüss, tschüss.